Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, hier nun zu unserem Text Hörverstehen ist Aluminium eine Gefahr für uns Menschen, wichtiger Wortschatz und wichtige Strukturen, die sie lernen und beherrschen sollten. Nummer 1. Es ist von etwas oder von jemandem im Dativ die Rede, bedeutet man spricht davon oder darüber, man redet davon oder darüber. Nummer 2. Etwas ist die Ursache von etwas anderem im Dativ. Etwas ist ursächlich oder etwas ist die Causa oder etwas ist der Grund für etwas. Nummer 3. Wieder Auftrieb bekommen, bedeutet hier wieder aktuell werden. Nummer 4. Eine Frage aufwerfen, bedeutet eine Frage stellen oder einfach nur fragen. Mit etwas im Dativ in Berührung kommen, bedeutet in Kontakt kommen mit etwas. Nummer 6. Etwas ist in etwas im Dativ enthalten, bedeutet etwas ist drin. Zum Beispiel in diesem Käse sind 40% Fett enthalten. Nummer 7.